Ist die auf einmal pink geworden? Sicher haben sich einige von euch diese Frage gestellt. Die Reas-Rebell ist ja eine recht beliebte Abidell-Windel, die man aber hauptsächlich in schwarz sieht, also eine weiße Windel, auf die schwarze Totenköpfe aufgedruckt sind. Zu ihr habe ich im Sommer 2022 auch schon einen kompletten Praxistest gemacht. Oben rechts findet ihr das Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Obwohl diese schwarz-weiße Rebell am bekanntesten sein dürfte, gibt es sie auch in pink. Darüber habe ich selbst gestaunt, weil ich die schwarze öfter in Shops und auf Bildern gesehen habe, die pinke jedoch kaum. Ich habe sie daher gekauft und genau angeschaut. Und ich habe sie mit der schwarzen verglichen. Die Ergebnisse schauen wir uns jetzt zusammen in diesem Video an. Was als erstes auffällt, die pinke Rebell ist im Shop des Herstellers noch uneingeschränkt gelistet. Bei der schwarzen hatte ich ja schon vor einer Weile mal per Short euch darüber informiert, dass Reas diese zum Jahreswechsel von 2022 auf 2023 eingestellt hatte. Davor wurde sie noch einmal produziert, seitdem verkaufen die Händler aber nur noch die Lagerbestände. Sind diese aufgebraucht, gibt es keinen Nachschub mehr. Daher haben sie einige Shops gar nicht mehr gelistet und die schwarze Rebell aus dem Sortiment genommen, nachdem die verbleibenden Bestände abverkauft wurden. Vereinzelt findet man noch welche, teilweise im Ausland und zu deutlich höheren Preisen, als sie noch vor wenigen Monaten üblich waren. Im Shop des Herstellers sind beide zum Stand des Videos weiterhin lieferbar. Die schwarze Rebell trägt aber den Zusatz eingestellt im Titel und auch in der kurzen Beschreibung darunter wird darauf hingewiesen, dass sie nicht mehr produziert wird. Bei der pinken Rebell gibt es dagegen keinen solchen Hinweis. Die damalige Ankündigung vom Hersteller nannte zwar keine Farbe, aber zeigte ein Bild der Schwarzen. Es sieht also sehr danach aus, als ob die pinke weiterhin produziert wird. Dagegen verschwindet die Schwarze weiterhin langsam aus den Shops. In einigen Wochen oder Monaten dürfte sie überall ausverkauft sein und ist dann nur noch ein Teil der ABDL-Geschichte. Vergleicht man die beiden Varianten der Rebell miteinander, wirkt die klassische Schwarze sofort deutlich kräftiger und kontrastreicher. Das liegt nicht nur daran, dass schwarze Farbe auf weißem Hintergrund besonders gut herauskommt. Für andere Farben gilt das ja auch. Offensichtlich wurde die pinke Rebell mit deutlich weniger Deckung bedruckt oder in anderen Worten, man wollte vermutlich an Farbe sparen, da der Druck mit kräftigen Farben natürlich mehr Farbe und damit Geld kostet. Das ist zumindest unter den ABDL-Windeln recht neu. Bei den bisher von mir Getesteten wird viel Wert auf das Design sowie die Qualität gelegt. Die Hersteller wissen ja, dass viele diese Windeln zwar hauptsächlich wegen des Tragekomforts und der Saugleistung kaufen. Aber das Aussehen ist für einige eben auch ein Punkt, der für manche zumindest mit rein spielt, für andere sogar entscheidend dafür ist, ob eine Windel gekauft wird oder nicht. Nachdem eine ordentliche Druckqualität inzwischen zum Standard geworden ist, kann man es sich in dieser Branche offensichtlich kaum leisten, die Motive blass und damit eher langweilig wirken zu lassen. Anders sieht es bei Pampers aus, dort scheint man diese Sparmaßnahme schon vor längerem entdeckt zu haben. Allerdings haben die eine andere Zielgruppe, Eltern wollen in erster Linie, dass die Windel für das Kind komfortabel ist und gut dicht hält. Unter Aufdrucke nehmen viele gerne als extra mit. Wichtiger als das ist ihnen jedoch, dass die Windel im Alltag funktioniert und nicht ausläuft. Meinem Eindruck nach ist die pinke Rebell jedenfalls in dieser Hinsicht qualitativ etwas schlechter, als man es von der klassischen Schwarzen kennt. Vergleicht man die beiden Varianten der Rebell miteinander, wirkt die klassische Schwarze sofort deutlich kräftiger und kontrastreicher. Das liegt nicht nur daran, dass schwarze Farbe auf weißem Hintergrund besonders gut herauskommt. Für andere Farben gilt das ja auch. Offensichtlich wurde die pinke Rebell mit deutlich weniger Deckung bedruckt oder in anderen Worten, man wollte vermutlich an Farbe sparen, da der Druck mit kräftigen Farben natürlich mehr Farbe und damit Geld kostet. Das ist zumindest unter den ABDL-Windeln recht neu. Bei den bisher von mir Getesteten wird viel Wert auf das Design sowie die Qualität gelegt. Die Hersteller wissen ja, dass viele diese Windeln zwar hauptsächlich wegen des Tragekomforts und der Saugleistung kaufen. Aber das Aussehen ist für einige eben auch ein Punkt, der für manche zumindest mit rein spielt, für andere sogar entscheidend dafür ist, ob eine Windel gekauft wird oder nicht. Nachdem eine ordentliche Druckqualität inzwischen zum Standard geworden ist, kann man es sich in dieser Branche offensichtlich kaum leisten, die Motive blass und damit eher langweilig wirken zu lassen. Anders sieht es bei Pampers aus, dort scheint man diese Sparmaßnahme schon vor längerem entdeckt zu haben. Allerdings haben die eine andere Zielgruppe, Eltern wollen in erster Linie, dass die Windel für das Kind komfortabel ist und gut dicht hält. Bunte Aufdrucke nehmen viele gerne als extra mit. Wichtiger als das ist ihnen jedoch, dass die Windel im Alltag funktioniert und nicht ausläuft. Meinem Eindruck nach ist die pinke Rebell jedenfalls in dieser Hinsicht qualitativ etwas schlechter, als man es von der klassischen Schwarzen kennt. Unterschiede zur Schwarzen Rebell konnte ich dabei keine feststellen, die über normale Toleranzen hinausgehen. Das kommt ja auf viele Faktoren drauf an, wie gut die Windel sitzt, in welcher Position man einnässt, wohin es fließt und so weiter. Daher teste ich nicht nur eine Windel, sondern immer mehrere und werte das beste Ergebnis. Schlussendlich hat sich im Test bestätigt, was ich vermutet hatte, der Hersteller hat die gleiche Windel für beide Varianten genommen, die sich nur im Druck unterscheiden. Es passiert nicht so oft, dass eine Windel in mehreren Farben erscheint. Bei denjenigen, die ich bisher im Test hatte, war das dann aber meist auch so, dass man die gleiche Windel genommen hat, etwa bei der Krinkelz, die mittlerweile fünf verschiedene Designs hat. Dazu gibt es auch ein Video von mir, in dem ich die alle zeige. Überraschend fand ich aber die Unterschiede in der Deckung. Das kennt man so von anderen Windeln ja nicht. Wenn ihr beispielsweise eine Krinkelz-Astronaut kauft, wirken die Drucke dort von der Qualität her nicht besser oder schlechter, als bei der Aquanaut. Mir persönlich gefällt die schwarze Rebell besser. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie in Pink mit kräftigeren Farben auch gut aussieht, aber so wie das umgesetzt wurde, mag ich es nicht. Wie seht ihr das? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr möchtet. Bleibt trocken, bis zum nächsten Video.